Ja, wunderbar inspirierend, dieses Gebäude, die Anna-Amalia-Bibliothek in Weimar. Man kann sie besichtigen, kann man eigentlich nur jedem Thüringen-Besucher empfehlen. Viel besser weiß das Bärbel Grönegriss, sie ist von der Tourismusgesellschaft, Tourismus GmbH hier in Thüringen, genauer gesagt die Chefin. Willkommen bei Phoenix. Wir stellen uns vor, wir haben ein Wochenende im Spätsommer, im Herbst, drei Tage Zeit, vierköpfige Familie. Was kann man da in Thüringen am besten unternehmen? Ja, vielleicht fangen Sie mal im Westen an mit der Wartburg, mit der Stadt Eisenach und der Welterbe-Region Heinich. Das ist also eines der größten zusammenhängenden Waldgebiete, noch naturbelassen in Deutschland. Und dort gibt es einen Baumkronenpfad, da kann man 30 Meter über der Erde mit der ganzen Familie, also Abenteuer erleben. Ja, vielleicht geht es dann weiter Richtung Thüringer Wald, wo man den berühmten Rennsteig erwandert. Ja, und dann sind wir schon fast auch wieder in Oberhof, wo unsere Wintersportereignisse stattfinden. Da kann man vielleicht schon so ein bisschen reinschmecken und sich auf den Winter vorbereiten. Und dann würde ich weitermachen in Erfurt oder in Weimar mit einer wunderbaren Theaterveranstaltung. Ja, bleiben wir vielleicht noch einen Moment bei Erfurt. Ist ja wunderbar restauriert, 25 Jahre nach dem Fall der Mauer, darf man glaube ich auch mal sagen, ist wunderschön. Die Stadt lohnt sich, viele Möglichkeiten auszugehen. Was kann man hier sonst noch kulturell unternehmen? Ja, es gibt eigentlich jeden Tag etwas zu erleben. Also Thüringen ist das Land mit der größten Dichte von kulturellen Highlights auf die Fläche gesehen. Wir haben so viele Theater wie kein anderes Bundesland, wie gesagt, auf die Einwohner bezogen. Da gehen Sie vielleicht in die Oper, da gehen Sie in Erfurt in die Oper und dann gehen Sie am anderen Tag ins Deutsche Nationaltheater nach Weimar. Dann gehen Sie vielleicht einmal auch auf ein Schloss, eins der wunderbaren Schlösser und Burgen und, und, und. Also viele tolle Kultureinrichtungen, was übrigens für das Land auch ein Problem ist, die in Zukunft zu finanzieren, aber das müssen die Politiker, die hier demnächst regieren, entscheiden. Schauen wir auf die Legislaturperiode ein bisschen weiter in die Zukunft. Was planen Sie in nächster Zeit? Ja, wir sind sehr gespannt auf das, was uns diese Legislaturperiode auch im touristischen Sinne bringen wird. Wir wissen, dass 2017 500 Jahre Reformation ansteht. Luthers Familie stammte ja aus Thüringen. Er hat einen Großteil seiner Jugend hier in Thüringen verbracht. Er ist hier zum Priester geweiht worden. Er ist ja Mönch geworden. Er hat dann später auf der Wortburg die Bibel übersetzt, also 2017, ein ganz großes Highlight für uns, touristisch. Wir erwarten viele Besucher aus aller Welt. Und dann liegen wir schon sozusagen startklar für das Jahr 2019. 100 Jahre Bauhaus, die Bauhausbewegung in Weimar gegründet. Und natürlich auch 100 Jahre Weimarer Verfassung, die erste demokratische Verfassung in Deutschland. Ja, wenn sich das nicht lohnt, vielen Dank dafür. Also auf nach Thüringen, liebe Zuschauer, vielleicht gleich in diesem Herbst oder zu einer der Veranstaltungen, von denen wir gerade gehört haben. Also das war der Ausflug zum Tourismusstandort Thüringen. Damit gebe ich zurück nach Bonn zu Michaela Kolster.